Herzlich willkommen bei der Hanfparade. Diesmal sehe ich euch mal auch und nicht nur immer ihr mich in den DRV-News. Wo stehen wir in Sachen Legalisierungsdebatte? Ich lese ja viele Kommentare von euch auf allen möglichen Plattformen. Und da gibt es die einen, die massive Fortschritte sehen und die sagen, ja die Legalisierung steht unmittelbar bevor. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja ihr seid jetzt schon so lange am Kämpfen, ihr habt null Fortschritte erzielt, Cannabis wird niemals legalisiert und tatsächlich, ich für meinen Teil bin schon lange dran, seit 23 Jahren kämpfe ich für die Legalisierung von Cannabis und kann diesen Zeitraum einigermaßen überschauen und kann sagen, beide Seiten haben Recht. Wir haben tatsächlich unser Ziel, null erreicht, eine Mehrheit im Bundestag für die Legalisierung von Cannabis. Der Bundestag ist dafür zuständig und verantwortlich, Cannabis zu legalisieren und es gibt da bisher keinen Fortschritt. Die Rechtslage ist genauso, wie sie in den 90ern war und die Verfolgung von Konsumenten hat sogar noch zugenommen. Wir haben jedes Jahr neue Rekorde bei den Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten. Da hat sich nichts getan. Aber auf der anderen Seite hat sich schon viel getan und das ist eben auch das, was viele Leute sehen. Weil auf der einen Seite die Stimmung in der Bevölkerung hat sich massiv verändert. Als ich damit angefangen habe in den 90ern, hatten wir vielleicht eine Zustimmung zur Legalisierung von 15 Prozent ungefähr. Unsere letzte Umfrage vom Handverband Infratest-DiMAP 2018 lag bei 46 Prozent Zustimmung. Also ein riesiger Fortschritt in dieser Zeit. Da kann man wirklich sagen, wir sind kurz davor, die Mehrheit zu erreichen. Die nächste Umfrage steht im Oktober an. Ich bin gespannt, vielleicht haben wir es dann schon geschafft. Dazu hat der Handverband beigetragen mit massiver Medienpräsenz, auch mit hoher Reichweite über unseren eigenen Kanäle. Aber dazu habt ihr auch alle beigetragen. Eine Organisation alleine, einzelne Menschen alleine, werden niemals Cannabis legalisieren. Wir sind eine Bürgerrechtsbewegung. Und jeder Einzelne, die hier auf der Handparade ist und jeder Einzelne, der irgendwo mal einen Kommentar im Internet hinterlassen hat, hat dazu beigetragen, dass wir letztes Jahr bei 46 Prozent waren und dass wir bald die 50 Prozent knacken. Das ist Teil unserer Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch politische Lobbyarbeit und gucken wir in die Parlamente. Wie gesagt, das Ziel ist die Mehrheit im Bundestag. Und auch da hat sich viel getan. In den 90ern waren nur die Grünen für die Legalisierung von Cannabis. Dann sind mit der Zeit die Linken dazugekommen, die FDP ist dazugekommen. Die SPD ist massiv am Diskutieren und auch da, wenn man jetzt vielleicht eine namentliche Abstimmung machen würde, ohne Fraktionszwang, ohne Koalitionszwang, vielleicht hätten wir die Legalisierung schon im Bundestag. Wir sehen erste Mehrheiten in kommunalen Parlamenten, in Landesparlamenten. Auch davon hätten wir in den 90ern kaum zu träumen gewagt, dass eine Stadt wie Berlin oder Bremen Wirklichkeitslegel mit Köpfen machen wollen. Und in ihrem kleinen Bereich, soweit sie Einfluss darauf haben, über Modellprojekte die Legalisierung letztendlich durchzusetzen. Also auch da sind wir kurz davor, vor diesem Knackpunkt irgendwie. Man wartet drauf, dass es knackt und die Legalisierung kommt oder erste große Schritte tatsächlich durchgezogen werden. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, diese Bundesregierung, die Große Koalition, ist ein komplettes Desaster. Die kommt null vorwärts. Und auch die SPD ist ein absolutes Trauerspiel. Die SPD könnte das Zünglein an der Waage sein, wenn die auf ihre Fachpolitiker hören würden, wenn die eine Fraktion beschließen würden. Ja, liebe SPD-Fachpolitiker, ihr habt recht. Wir wollen mindestens die Modellprojekte mal versuchen. Wir wollen eine ernsthafte Entkriminalisierung von Konsumenten durchsetzen, damit zur CDU gehen würden. Ich glaube, die wären sogar kompromissbereit. Aber solange die in so einem total desolaten Zustand sind, völlig kopflos und führungslos und organisationsfrei, wird da nicht viel passieren. Und ich mag keine Prognose abgeben, wohin die Reise da geht. Es kann sein, dass diese Große Koalition noch zwei Jahre durchhält und so lange den Stillstand wahrt. Es kann aber auch sein, dass die SPD-Fraktion tatsächlich mal endlich die Kurve kriegt und ein Beschluss zu dem Thema fällt und die Diskussion in der Großen Koalition endlich mal stattfindet. Es kann aber auch sein, dass wir Weihnachten überhaupt keine Regierung mehr haben und auf Neuwahlen zusteuern. So oder so, egal in welche Richtung das geht, wir vom Handverband und ihr alle, wir bleiben dran, die Finger da reinzukrallen, in die Lücken, die sich da auftun und den Knackpunkt zu finden und das Ganze aufzubrechen. Die Frage ist nur, ob es noch ein Jahr dauert oder drei oder vier. Aber die Zeichen stehen gut und da bin ich durchaus auf der Seite der optimistischen Leute. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Möglichkeit, die Legalisierung durchzusetzen. Der Bundestag ist nicht die einzige Instanz, die das kann. Auch das Bundesverfassungsgericht kann das. Frank Tempel hat eben schon mal ausgeführt, es gibt gute Gründe dafür zu sagen, das Cannabisverbot ist verfassungswidrig. Es ist nicht geeignet, das Ziel zu erreichen, möglichst wenig Probleme mit Cannabis zu erzeugen. Es ist nicht verhältnismäßig und so weiter. Es gibt da viele, die dieser Meinung sind. Allen voran Richter Andreas Müller, der hier nachher auch noch redet. Ich hoffe, er ist schon da. Und wir haben es beide schon versucht. Als es bei mir angefangen hat, ich habe gesagt, vor 23 Jahren, habe ich mich selbst angezeigt, wegen Besitz geringer Menge Marihuana und habe das Verfahren durchgezogen bis zum Verfassungsgericht. Und bin gescheitert. Richter Müller hat es versucht mit einer Richtervorlage, hat nach Karlsruhe geschrieben, ich halte dieses Cannabisverbot für verfassungswidrig und es gescheitert. Ich glaube, 2002, also auch schon viele, viele Jahre her, da war die Zeit noch nicht reif dafür. Jetzt ist sie das vielleicht. Auch das ist Teil unserer Arbeit. Wir haben immer wieder versucht, auch über juristische Wege unserem Ziel näher zu kommen. Wir haben auch kleinere Sachen gefördert. Zum Beispiel auch Prozesse von Cannabis-Patienten über die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Was ja im Übrigen auch ein riesiger Fortschritt ist für alle die, die sagen, es geht überhaupt nicht vorwärts. Das hat zwar jetzt nichts mit Genussmittelkonsumenten zu tun, aber die Legalisierung von Cannabis als Medizin in Deutschland ist ein riesiger Durchbruch, trotz aller Probleme, die wir da immer noch haben. Aber im weltweiten Vergleich sind wir da gut aufgestellt. Also, juristische Wege sind wir auch immer am Suchen. Wir haben auch immer geguckt, ob wir einzelne Fälle vielleicht zum Verfassungsgericht kriegen. Aber ich sage euch, das ist komplizierter, als sich das anhört, das zu finanzieren, den richtigen Fall zu finden. Aber dieses Jahr, auch dank eurer Spenden zu unserer letzten Kampagne, gehen wir das jetzt zusammen an. Ich, der Handverband und der Richter Müller. Wir gehen zusammen nach Karlsruhe. Die Kampagne steht, die Richtervorlage ist fertig. Anfang September geht es los mit unserer Justizkampagne. Wir werden allen Betroffenen diese Vorlage zur Verfügung stellen. Nicht nur Richter können die nach Karlsruhe tragen. Wir werden Anzeigen schalten in entsprechenden juristischen Zeitungen. Richter suchen, die da mitmachen. Aber auch jeder und jede Einzelne, die vor dem Richter stehen, können unsere Vorlage benutzen. Die Richter auffordern, das Cannabisverbot als verfassungsfähig nach Karlsruhe zu schicken. Sie können die Vorlage vorlesen am Ende ihrer Prozesse. Jeder hat das Recht noch auf ein letztes freies Wort. Und ihr könnt euch selbst durchklagen damit. Also Justizkampagne 2019 startet im September. Und genauere Erklärungen dazu überlasse ich dann unserem Lieblingsrichter Andreas Müller, der hier gleich auch noch sprechen soll. Also wir schaffen das alle zusammen. Wir müssen nur durchhalten, mitmachen. Macht mit in den sozialen Medien. Macht eure Meinung klar unter Artikeln von Presse und so weiter. Alles was euch einfällt, geht voran. Wir schaffen das. Und dann wünsche ich euch hiermit noch eine schöne Parade. Vielen Dank Georg, gerade für die Justizkampagne. Da ist das Geld sehr gut angelegt. Hallo. Ja, ihr könnt mich hören. Ja, da kannst du mich hören. Passt von der Höhe her? Jetzt testen wir es mal zusammen. Ja. Okay. Also noch ein Wort oder ein Gedanken noch zu Georg und zum DHV. Ihr alle könnt den DHV unterstützen, indem ihr Fördermitglieder wärt. Ja, wenn ihr mal überlegt, für einen Fünfer im Monat könntet ihr dafür sorgen, dass Georgs Stimme und unsere aller Stimme da gehört wird, wo sie auch gehört werden muss. Nämlich im Bundestag. In Gremien, wo viele von uns gar keinen Bock haben, sich reinzusetzen, weil die Mühlen der Administration immer sehr langsam machen. Also wenn ihr alle euch als Photon begreift und wir uns, ich bin auch Fördermitglied beim DHV, dann kann Georgs ein Laser werden, der wirklich was abschneidet. Laser!